Der Zweite Weltkrieg hatte Italien verwüstet und seine Wirtschaft und Bevölkerung schwer getroffen. Traditionelle Transportmittel waren unpraktisch. Benzin war knapp und die meisten Menschen konnten sich kein Auto leisten. In diese Lücke stieß die Moto Guzzi, Moto Leggera, Fumongexig, liebevoll Guzino genannt. Im Jahr 1946 eingeführt bot sie erschwingliche und effiziente Personenbeförderung und wurde zum Symbol für italienische Widerstandsfähigkeit und Genialität. Mehr als nur ein Motorroller, der Guzino stand für Freiheit und Fortschritt im Nachkriegsitalien. Sein leichtes Design und seine Benutzerfreundlichkeit machten ihn für jedermann zugänglich. Arbeiter konnten nun zu den Fabriken pendeln, Bauern konnten Waren zum Markt transportieren, Familien konnten Wochenendausflüge genießen. Die Geschichte des Guzino ist eng mit dem Erbe von Moto Guzzi verbunden, einem Unternehmen, das für seine Motorräder bekannt ist. Während des Zweiten Weltkriegs belieferte Moto Guzzi das italienische Militär mit Flugzeugmotoren. Nach dem Krieg wurde die Motorradproduktion wieder aufgenommen, aber das Unternehmen brauchte ein Produkt für die breite Masse. Da kamen der Luftfahrtingenieur Carlo Guzzi und der Designer Antonio Micucci ins Spiel. Guzzi und Micucci ließen sich von ihren Kriegserfahrungen inspirieren. Sie schwebte ein leichtes, zweiräderiges Fahrzeug vor, das sowohl wirtschaftlich als auch zuverlässig war. Das Design des Guzino spiegelte diesen Ansatz wider. Seine selbsttragende Karosserie, bei der Motor und Getriebe Teil des Chassis waren, reduzierten Gewicht und Komplexität. Diese innovative Bauweise war eine Abkehr von der traditionellen Motorradkonstruktion und demonstrierte die Ingenieurskunst Italiens. Das Herzstück des Guzino war ein 65cc 3 Zweitaktmotor. Dieses kleine, aber effiziente Triebwerk lieferte genug Leistung für den täglichen Weg zur Arbeit und Besorgung. Der Motor war mit einem Zweiganggetriebe gekoppelt, das über einen Handhebel geschaltet wurde. Diese Einfachheit machte den Guzino leicht zu fahren, selbst für diejenigen, die mit Motorrädern nicht vertraut waren. Die Federung des Guzino war einfach, aber effektiv. Sie bestand aus einer gezogenen Kurzschwinge vorne und einer Starrrahmenkonstruktion hinten. Obwohl sie nicht so ausgeklügelt war wie moderne Federungen, bot sie auf den oft holprigen Straßen des Nachkriegs Italiens einen ausreichend komfortablen Fahrkomfort. Gebremst wurde mit Trommelbremsen an beiden Rädern. Der Guzino war ein sofortiger Erfolg in Italien. Seine Erschwinglichkeit, Benutzerfreundlichkeit und Kraftstoffeffizienz kamen bei einer Bevölkerung an, die sich nach praktischen Transportmitteln sehnte. Der Motorroller wurde zu einem alltäglichen Anblick auf italienischen Straßen und veränderte die Art und Weise, wie sich die Menschen fortbewegten. Er bot ein Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit, besonders für junge Leute. Die Auswirkungen des Guzino gingen über den Personenverkehr hinaus. Er trug dazu bei, die italienische Wirtschaft anzukurbeln. Als die Nachfrage nach dem Motorroller in die Höhe schoss, erweiterte Moto Guzzi seine Produktion. Dies schuf Arbeitsplätze und steigerte die Industrieproduktion des Landes. Der Guzino wurde zu einem Symbol für den Aufschwung und das Wachstum Italiens in den Nachkriegsjahren. Abschnitt 5. Rennfahrergeist. Der Guzino auf der Rennstrecke. Trotz seines bescheidenen Aussehens besaß der Guzino auch eine sportliche Seite. Moto Guzzi erkannte das Marketingpotenzial des Motorsports und setzte modifizierte Guzinos bei verschiedenen Wettbewerben ein. Diese Rennguzinos verfügten über getunte Motoren, verbesserte Federungen und Leichtbaukomponenten. Der Guzino erzielte beachtliche Erfolge bei Rennen wie der Mailand-Tarent und dem Giro d'Italia. Diese Siege zeigten das Leistungspotenzial des Rollers und trugen dazu bei, seinen Ruf als zuverlässige und vielseitige Maschine zu festigen. Die Rennsportgeschichte des Guzino trug zu seiner Anziehungskraft bei und zog ein breiteres Spektrum von Enthusiasten an. Abschnitt 6. Stilicone. Das zeitlose Design des Guzino Die Attraktivität des Guzino beschränkte sich nicht nur auf seine Praktikabilität und Leistung. Auch sein Design trug maßgeblich zu seinem Erfolg bei. Die schlanken Linien, die abgerundeten Formen und die Krumm-Akzente des Rollers verliehen ihm ein stilvolles und modernes Aussehen. Das Design des Guzino wurde zur Ikone und repräsentierte eine neue Ära des italienischen Industriedesigns. Sein Einfluss ist auf spätere Motorroller und Motorräder zu sehen und festigt seinen Platz als Design-Klassiker. Auch heute noch inspiriert die Ästhetik des Guzino-Enthusiasten und Sammler. Abschnitt 7. Über den Nutzwert hinaus die soziale Bedeutung des Guzino. Die Auswirkungen des Guzino gingen über seine praktischen Anwendungsmöglichkeiten hinaus. Er wurde zu einem kulturellen Phänomen in Italien, das für Freiheit, Fortschritt und jugendlichen Geist stand. Der Roller bot einer Generation, die aus den Nöten des Krieges hervorging, ein Gefühl der Befreiung. Der Guzino wurde zum Symbol der sozialen Mobilität, der es den Menschen ermöglichte, neue Orte zu erkunden und mit anderen in Kontakt zu treten. Er war ein Fahrzeug für die Partnersuche, für Abenteuer und für den Alltag. Die Präsenz des Guzino in der italienischen Gesellschaft spiegelte eine Zeit des Optimismus und des Wiederaufbaus wieder. Abschnitt 8. Ein globales Phänomen. Die Reichweite des Guzino. Die Popularität des Guzino beschränkte sich nicht nur auf Italien. Er wurde in verschiedene Länder exportiert und entwickelte sich zu einem weltweiten Erfolg. Seine Erschwinglichkeit, Zuverlässigkeit und sein stilvolles Design kamen bei den Menschen auf der ganzen Welt gut an. Der Erfolg des Guzino auf den internationalen Märkten festigte den Ruf von Moto Guzzi als Hersteller von hochwertigen und innovativen Fahrzeugen. Er ebnete den Weg für das weitere Wachstum und die Expansion des Unternehmens in der Motorradindustrie. Abschnitt 9. Das Ende einer Ära. Die Produktion wird eingestellt. Als sich die italienische Wirtschaft erholte und der Besitz von Autos erschwinglicher wurde, sank die Nachfrage nach dem Guzino allmählich. Die Produktion des legendären Motorrollers wurde schließlich im Jahr 1965 eingestellt. Während seiner 19-jährigen Produktionszeit wurden über 70.000 Guzinos produziert. Trotz seiner Einstellung hinterließ der Guzino unbestreitbar Spuren in der Motorradindustrie und der italienischen Gesellschaft. Er war mehr als nur ein Fortbewegungsmittel geworden. Er war eine kulturelle Ikone, die für eine entscheidende Epoche der italienischen Geschichte stand. Abschnitt 10. Ein bleibendes Vermächtnis. Der Einfluss des Guzino. Das Erbe des Guzino reicht weit über seine Produktionszahlen hinaus. Er trug dazu bei, den Motorroller als praktisches und stilvolles Verkehrsmittel zu popularisieren. Seine innovativen Designmerkmale, wie die selbsttragende Karosserie, beeinflussten spätere Generationen von Motorrollern und Motorrädern. Der Einfluss des Guzino auf die italienische Kultur ist unbestreitbar. Er ist bis heute ein beliebtes Symbol für den Wiederaufbau nach dem Krieg, für Einfallsreichtum und für einen jugendlichen Geist. Seine Geschichte erinnert an die Kraft der Innovation und die anhaltende Anziehungskraft von gut gestalteten und praktischen Maschinen. Abschnitt 11. Der Guzino heute. Ein Sammlerstück. Heute ist die Moto Guzzi Motolegera oder Guzino ein begehrtes Sammlerstück. Enthusiasten und Sammler auf der ganzen Welt schätzen seine historische Bedeutung, sein einzigartiges Design und seinen charmanten Charakter. Restaurierte Guzinos werden oft auf Oldtimer-Motorradtreffen und Konkurveranstaltungen präsentiert, wo sie die Zuschauer weiterhin in ihren Band ziehen. Die anhaltende Popularität des Guzino ist ein Beweis für sein zeitloses Design, seine kulturelle Bedeutung und das bleibende Erbe italienischer Handwerkskunst.